Es gibt Planeten in unserem Sonnensystem. Machen wir also weiter und listen sie auf. Die Planeten kreisen um die Sonne, nennen wir jeden Einzelnen. Zuerst ist es Merkur und dann Venus. Dann ist dann noch die Erde, auf der wir leben. Es gibt Planeten in unserem Sonnensystem. Machen wir also weiter und listen sie auf. Die Planeten kreisen um die Sonne, nennen wir jeden Einzelnen. Als nächstes kommt Mars und dann Jupiter. Datun hat kreisförmige Ringe. Es gibt Planeten in unserem Sonnensystem. Machen wir also weiter und listen sie auf. Die Planeten kreisen um die Sonne, nennen wir jeden Einzelnen. Als nächstes kommt Uranus und dann Neptun. Wir haben alle Planeten in diesem Lied benannt. Es gibt Planeten in unserem Sonnensystem. Machen wir also weiter und listen sie auf. Die Planeten kreisen um die Sonne, nennen wir jeden Einzelnen. Fangen wir von vorne an. Merkur, Venus, Elber, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus, Neptun. Das sind alles die Planeten. Jetzt alle zusammen. Es gibt Planeten in unserem Sonnensystem. Machen wir also weiter und listen sie auf. Die Planeten kreisen um die Sonne, nennen wir jeden Einzelnen. Es gibt Planeten in unserem Sonnensystem. Machen wir also weiter und listen sie auf. Die Planeten kreisen um die Sonne, nennen wir jeden Einzelnen.